Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zur Epic Journey of Massive Loot im Spiegel-Labyrinth mit den Schrottrittern und Hofes. Joho! Seid ihr bereit für die Schlacht aller Schlachten? Für den Kampf aller Kämpfe? Für die Creme aller Cremes? Für den Simps aller Mimps? Wir haben noch gar nicht über unsere Belohnung gesprochen. Für Ruhm und Ehre! Hat er Ruhm oder Ruhm gesagt? Lassen wir es drauf ankommen. Äh, okay. Wie geil ist das denn jetzt? Ähm. Was ist das denn hier? Ähm. Was zum Teustel? Oh Gott, ist das schlecht. Schau mal, Meg. Ich hab ein Hornring. Damit kennt er sich nicht aus. Da geht es um die hohe Kunst der Romantik. Äh, okay. Come on, Meißel. Stillhalten. Stopp! Was hast du vor? Stillhalten gilt auch für die Sappelklappe. Ich protestiere. Stell dich nicht so an. Es ist wie ein Pflaster abzureißen. Nur eben mit Hammer und Meißel. Handelt hat goldenen Boden. Nein! Wenn du das Wasser verfehlst, vergiss nicht, dich abzurollen. Dass mich die Leute aber auch nie ausreden lassen. Ähm. Ähm. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall den Ring. Oh. Na, da schau her. Dero Gnaden hat sich doch noch bequem, hier aufzukreuzen. Ja. Wer hätte das gedacht, nachdem du mich eben beinahe getötet hättest? Das war doch vollkommen ungefährlich. Du hingst über dem Fluss. Direkt über der Stelle, wo Biber einen Damm aus rostigen Nägeln gebaut haben. Das zählt trotzdem als Fluss. Ich glaube, ich brauche einen Arzt. Tja, das Leben ist kein Grabbeltisch. Ich zum Beispiel bräuchte einen zuverlässigen Assistenten. Und nur guck mal im Spiegel nach, was ich da habe. Äh. Hier, Goal. Ein... Einhörner. Der passt hervorragend zum Motiv. Leider kann ich ihn hier nirgendwo befestigen. Ah. Ich warte damit lieber noch auf den richtigen Motiv. Ja, ja. Die Hand ran. Ähm. Okay. Hand. Oh, Rufus. Wo hast du nur dieses kostbare Schwuppstück hier? Ich habe sie auf Elysium aufgegabelt. Oh mein Gott. Du Charmeur. Alter. Bitte, Meg, mach ein Foto von uns. Damit kennt er sich nicht aus. Da geht es um die hohe Kunst der Romantik. Also. Was ist dein Plan? Porta Rustica ist nur wenige Stunden flussaufwärts. Wenn wir deine Abreise verhindern, kann heute Abend in Kuwak auch niemand die Zeit zurückkurbeln. Könnte knapp werden. Bei Sonnenaufgang werde ich dort bereits aufbrechen. Dafür ist gesorgt. Ich habe uns ein Boot organisiert. Alles, was wir noch brauchen, ist ein romantisches Foto von Goal und mir. Und wo ist sie? Und was ist das da? Das Casting ist Sache der Regie, okay? Du operatest die Kamera. Und, ist es jetzt soweit? Ja, geht los. Drück einfach auf den Auslöser. Kamera bereit? Foto-Freund. Das Boot ist bereit. Kommt jetzt. Weiber, was? Mac, mach den Kopf zu. Du hast recht, Liebes wie Ise. Ähnlich tief, ähnlich weit, ähnlich weh. Wo von Haien und Ahlen und Kraken, die tief unten am Kaum erkunden, nütten Meeresgrundlauer. Doch Pimpi, oh Pimpi, oh Pimpi, der Klau. Das ist das Romantischste, was ich je gehört hab. Schifft all das Grauen. Vertrauen, Schnucki. Vote of love, vote of love. Na kommt schon, nicht rödeln. Checkst du's noch? Wir sind zu spät. Die Sonne geht ja schon fast wieder unter. Mein anderes Ich ist schon seit Stunden fort. Ach ja? Und warum beeile ich mich dann so? Weil du ein Trottel bist. Aber wie geht's denn jetzt weiter? Wie lange haben wir noch, bis sich die Zeit resettet? Mal sehen. Auf Elysium ging die Sonne gerade unter. Wurzel aus Deponias Radius plus Höhe von Elysiums Orbit. Ich schätze zwei Stunden nach Sonnenuntergang. Verdammt. Da wünscht man sich ja doch glatt die Zeitmaschine zurück. Hm. Naja. In meinem Labor hätte ich eigentlich alles um... Junior? Du hast Nerven. Sofort in mein Büro. Zack, zack. Ruhe am Katzentisch. Wir unterhalten sich gerade die Erwachsenen. Psst. Rufus. Das ist der Dekan. Wie? Der Dekan ist ein Zwerg? Mein Name ist Dekan Angus McChronicle Senior. Senior? Wohl eher Vizesenior. Wenn überhaupt. McChronicle hätte mir bestimmt erzählt, wenn er einen Sohn hätte. Hab ich aber nicht. Was? Darf ich vorstellen? Mein Dad. Ja, genau. Und ich bin der neue Gastdozent. Und warum stehen Sie dann noch da rum? Dalli, Dalli, ab in den Vorlesungssaal. Was? Hey, nicht so hurtig. Das sollten wir erst einmal in Ruhe ausdiskutieren. Ähm. Hallo, klasse. Hallo. Also, habt ihr irgendwelche Fragen? Ich hätte da nämlich einige. Welche molare Masse hat ein Chronopartikel? Äh, jemand anderes? Wie funktioniert deine 4D-Brille? 4D, sicher. Denn 3D und 2D sind ja auch bereits ein Begriff. Wie lassen sich deterministische und non-deterministische Zeittheorien miteinander vereinbaren? Nicht mit einer überhasteten Antwort. So viel ist sicher. Wo ist Mac Chronicle? Ja, Mac Chronicle. Nenomenal. Uhhh. Mac Chronicle ist nicht hier. Und ich muss auch los. Beschäftigt euch doch einfach so lange ein bisschen. Dieses ganze theoretische Gedöns hilft euch in der Realität ohnehin nicht weiter. Haldica wurde auch nicht vom Schreibtisch aus entdeckt. Selbst euer heiß geliebter Mac Chronicle wusste das und hat an einer echten Zeitmaschine gearbeitet. Ihr wisst nicht zufällig, wo ich die finde? Ist sie das hier? Das ist nur ein Tachionenverdichter. Er erzeugt eine Anomalie, die die Zwischenzeit simuliert. Ein Simulator also. Und wo finde ich das echte Gerät? Wenn Mac Chronicle an etwas gearbeitet hat, dann wird Sicherheit in seinem Schuppen. Aber da darf niemand rein. Der Dekan hat ihn versperrt und den Schlüssel einkassiert. Und damit kommen wir zur ersten Lektion für heute. Kein Schloss ist so versperrt, dass ein Professor Rufus es nicht aufforschen könnte. Notiert euch das. Es könnte in der Klausur vorkommen. Okay, wir haben wieder gar nichts. Okay, ein Käfig. Hallo, ein Verlust. Ah, hey, aus. Ganz schön aggressiv, der Kleine. Hatte bestimmt eine miserable Kindheit. Keine Freunde, die ihm halfen, fremde Stützräder anzusägen. Erschütternd. Okay. Kann man den darüber das Schnappeltier mitnehmen? Na komm schon. Rein da mit dir. Ach, jetzt jammer doch mal nicht so rum. Dein alter Käfig hat auch nicht besser gerochen. Ich will auch nicht schnappeltier. Oh, dann krieg ich schnappeltier. Äh, Laufrad. Versuchst du? Studenten. Vorlesungsuhr. Regenschirm können wir mitnehmen. Okay, ich bin aber überlegen. Können wir das hier ins Laufwand schicken? So, jetzt passt gut auf. Ich glaube, ich habe es verpasst. Kommt das in der Klausur? Boah! Immer mit der Ruhe. Es kann ja noch gar nichts passieren, bevor ich hier drücke. Richtig? Aha. Und was ist das jetzt gleich? Das ist eine temporale Anomalie. Ein neuer Raumzeitabschnitt, der alle bekannten Eigenschaften der Zwischenzeit besitzt. Verstehe. Wie ein Ballon, der langsam aufgeblasen wird. Nein. Überhaupt nicht wie ein Ballon. Warum nicht? Ich mag die Dinger. Äh, Anomalie. Und was ist das jetzt gleich? Das ist eine Tempokale. Ja, okay. Vielleicht kennst du einfach nur nicht die richtige Art... Ghoul, was ist denn mit dir, oder? Ghoul, was machst du denn da? Wonach sieht es aus? Ich störe die Vorlesung. Aber das kannst du nicht tun. Ach nein? Was willst du machen? Mich durch die Prüfung fallen lassen? Ich versuche hier die Zeit wieder herzustellen. Die Zeit, in der ich mich angeblich in dich verliebt haben soll? Danke. Nein. Kannst du nicht wenigstens die Füße vom Tisch nehmen und den Hut absetzen? Du untergräbst meine Autorität als Dozent. Und überhaupt, was soll dieser alberne Aufzug? Dreimal darfst du raten. Ich habe mir einen eigenen Aluhut gebastelt. Damit ich mich daran erinnere, was du für ein Idiot bist. Ja, super. Madame ist da wieder richtig gut drauf. Kann mir einer sagen, warum die Zeit nicht voranschreitet? Weil deine Vorlesung sterbenslangweilig ist. Darum. Wie lange dauert das Seminar überhaupt? Ganztagsseminare laufen bis 8. Was? Aber das ist viel zu lang. Das ist es schon jetzt. Denkt mal an. Beobachtet die Anomalie. Macht euch Notizen. Und gebt mir eine gute Bewertung bei meinprof.org. Okay. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie... Was treibt ihr denn hier? Wonach sieht das aus? Ah, das kannst du natürlich nicht wissen. Es sieht aus, als hätten sich zwei blinde Hühner im Misthaufen geirrt. Da sieht man's wieder. Augenlicht taugen nicht. Wir sind Profis auf unserem Feld. Topf schlagen? Besserwisser vermöbeln. Oh. Keine Sorge. Noch ist deine Ausbildung nicht abgeschlossen. Deswegen auch der Trainingssack. Trainingssack? Das sieht mir eher wie eine drexikanische Pinata aus. Typisch sehende. Es kommt eben nicht immer auf die Optik an. Sondern darauf, dass Naschkram rausrieselt? Nein, aber es schadet auch nicht. Oder? Okay, was haben wir hier? Labortür. Abgeschlossen. Alles andere hätte mich auch irgendwie enttäuscht. Okay. Wo können wir noch hin? Wir können hier noch nach vorne. Und hier ist ein Schalter. Was suchen Sie denn hier? Sie müssten doch in der Vorlesung sein. Ich wollte mir nur kurz die Beine vertreten. Dann vertreten Sie sie zurück in den Hörsaal. Und kommen Sie erst wieder, nachdem die Pausenglocke geläutet hat. Na los. Hoppidihopp. Okay. Da kommen wir noch nicht weiter. Dann gehen wir noch mal hier hin. Können wir die Pinata mitnehmen? Hey! Finger weg von unserem Schrottball-Trainingssack! Trainingssack? Das sieht mir eher wie eine drexikanische Pinata aus. Typisch sehende. Es kommt eben nicht immer auf die Optik an. Sondern darauf, dass Naschkram rausrieselt? Nein, aber es schadet auch nicht. Oder? Was haben wir hier noch? Unkraut? Kann man das mitnehmen? Kann man hier irgendwie noch runter gehen oder so? Die Pflanze riecht nach Lonzo's Hinterzimmer, wenn er diese Trash-Metal-Band zu Besuch hat. Ähm, okay. Schwarzes Brett. Fotos von Baby-Wombats? Peponia 4 Komplettlösung abzugeben. Quatsch. Hey, das sieht interessant aus. Willst du mit mir mein Pausenboot teilen? Na klar will ich. Ich hab ja Hunger. Jetzt muss ich nur noch diesen Absender finden. Romantic Ninja. Äh, okay. Dann fragen wir mal hier die Jungs. Nach dem Romantic Ninja. Stör ihn nicht. Er muss sich auf seinen Schlag konzentrieren. Schlägt er auch mal? Nicht, wenn du ständig seine Konzentration störst. Dann fragen wir mal hier die Jungs. Ob sie was zu Romantic Ninja wissen. Heißt einer von euch zufällig Romantic Ninja? Herr Hufus, bitte nicht! Du bist Romantic Ninja? Ist das peinlich. Wusstet ihr, dass er ein romantischer Ninja ist? Dass er, wie es hier auf dem Zettel steht, den schwarzen Gürtel der Liebeskunst trägt? Ich möchte im Erdboden versinken. Nein, das wussten wir nicht. Das muss daran liegen, dass er mit den Schatten der Einsamkeit verschmilzt, wie es hier so schön steht. Zum Glück habe ich diesen Zettel gefunden. Denn wirst auch du bedroht auf dem Schlachtfeld der Liebe, was offenbar auf mich zutrifft. Bedroht? Mein Katana hat dein Herz in Fetzen geschnetzelt. Bietet er folgendes an. Willst du mit mir mein Pausenbrot teilen? Ja. Sie können es haben. Mir ist der Appetit vergangen. Danke, Romantic Ninja. Deine Tapferkeit und dein Edelmut werden nicht in Vergessenheit geraten. Auch in tausenden Monden nicht. Okay. Freches Pausenbrot. Können wir das ihm ein Schnabeltier geben? Okay. Schnabeltier vor? Er ist noch nicht fertig. Er braucht nur etwas Motivation. Kann mir jemand sagen, was ich hier tue? Du benimmst dich wie ein Vollidiot? Setzen. Sechs. Ich sitze bereits. Und bei deinem Notendurchschnitt wird das auch so bleiben. In die Anomalie. Das ist schon anormal genug. Dann eben ein Pausenbrot dadurch. Was passiert wohl, wenn ich das Pausenbrot hier reinhalte? Ich, ich, ich! In der Anomalie vergeht die Zeit viel schneller als außerhalb. Das Brot wird also alt. Na, das hätte wohl jeder vorher gesehen. Jetzt taugt es nur noch zum Entenfüttern. Und ich müsste mir die Fingernägel mal wieder schneiden. Oh! Ich wollte eigentlich gerade kurz ein bisschen rumgehen. Dann gehen wir da dann. Albinoschnabeltier. Ich glaube ich hier komm. Komm schon. Meiner Schnabeltierfalle fehlt offenbar noch der richtige Köder. Ah, ah. Altes Brot. Tja, mit Speck fängt man Mäuse. Oder macht Speckomelette. Je nachdem was gerade gebraucht wird. Jawoll. Können wir jetzt das hier auch noch einstecken? Mal schauen, ob ihn das hier motiviert. Ähm. Hä? Was ist denn jetzt los? Ich, ich, ich! Stereo Monocle? Mein Name ist Nordbird, Herr Professor. Nordbird, das kann ich mir merken. Wie lautet deine Antwort? Durch die Energiezufuhr hat sich die Ausdehnung der Anomalie vergrößert. Wir befinden uns jetzt innerhalb der simulierten Zwischenzeit. Und schon vergeht die Zeit wie im Fluge. Nur will in meinem Namen. Sie sagt nur innerhalb der Blase. Richtige Antwort, aber Punktabzug fürs Dazwischenreden, bunter Bisswalküre. Ihr Name ist Hildebrain. Ihre Eltern waren witzvoll, oder was? Nein, Schrottländer. Sie ist Austauschstudentin. Und ich bin Daniel Drüsenfehler. Na und? Soll ich mir das jetzt merken, oder was? Yippie! Schule ist aus! Wollen Sie die Anomalie nicht erst einmal ausstellen? Lektion 2. Wollen nie etwas, was auch andere erleben können. So, jetzt ist aber genug hier. Und nun? Es hört nicht auf zu strampeln. Das seh ich auch. Und was ist das jetzt? Das kommt aus Ihrem Mantel. Das andere schnabelt hier wein. Ist ja schon gut. Nichts als Ärger. Okay. Verdammt! Die Anomalie blockiert den Ausgang. Aber wenigstens verliere ich keine Zeit, während ich hier drin gefangen bin. Glauben wir ein Stillerzimmer? Und Gott? Kann mir jemand sagen, was ich hier tue? Du benimmst dich wie ein Vollidiot? Setzen! Sechs! Ich sitze bereits! Und bei deinem Notendurchschnitt wird das auch so bleiben. Hm. Regenschirm. Schade. Gerade wo es so spannend war. Alles hat mal ein Ende. Besser ihr gewöhnt euch dran. Können wir jetzt den Korb entnehmen? Ach herrje. Ist ja gut. Dann aber jetzt mal hier in die Verwaltung. Weil es hat ja gelingelt. Die Stunde ist vorbei. Ähm. Ähm. Zur Verwaltung. Und? Konnten sie den Schaden eindämmen, den mein Sohn bei den armen Studenten angerichtet hat? Eindämmen? Ha! Ausmerzen. Um welchen Schaden geht es gleich? Na, um diese fixe Idee mit den Zeitreisen natürlich. Junior behauptet allen Ernstes, Zeitanomalien erzeugen zu können. In seinem Schuppen will er eine Maschine gebaut haben, mit der man sich kreuz und quer durch die Zeit bewegen kann. Und dann hält er hinter meinem Rücken auch noch heimlich Vorlesungen zu diesem Thema. Undankbarer Aufwiegler. Aufwiegler? Er wirkt auf mich immer so vorsichtig. Nachgerade langweilig. Tja, schön wär's. Ausgerechnet mein Sohn ist ein Träumer. Ein Phantast. Ja, ein Anarchist. Ehrlich? Nein. Ein Anarchist. Und wie das weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.